Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu dieser wunderschönen Serie zu Wie kriege ich das Optimum aus Chat, GBT, Bing und Co. raus. Heute mit einem wichtigen Konzept namens Chain of Thought Prompting, also Ketten von Gedanken Prompt bauen oder Anweisungen bauen. You know what I mean. Das Ganze basiert auf dem Paper von Kojima et al. Und das Paper nennt sich, falls ihr es lesen wollt, Large Language Models are Zero Shot Reasoners. Ihr müsst aber nicht ganz lesen. Das Ding ist nicht das neueste Paper. Ist von 2022. Wurde aber ein paar Mal überarbeitet, sodass es am 29. Januar jetzt immer noch öffentlich ist natürlich. Und es geht auch ein bisschen tiefer ein, logischerweise. Das Konzept hintendran ist aber folgendes. Ich habe das hier mal gemacht. Und es geht heute um logische Schlussfolgerungen. Also wir hatten uns bisher damit befasst, wie ihr sozusagen Chat, GBT oder generell ein Large Language Model dazu bringen könnt, möglichst die Ausgaben zu produzieren, die Formatierung zu produzieren, die ihr wollt, für die Aufgabe, die ihr wollt. Heute geht es um logische Schlussfolgerungen. Also teilweise mathematische Schlussfolgerungen, ja. Teilweise aber auch wirklich Logikschlüsse und wie man die auch hinkriegen kann, dass die nicht falsch sind. Denn wenn wir hier uns das Ganze mal angucken. Ich gehe in den Supermarkt und kaufe 10 Äpfel. Es wird ganz kurz relevant, warum wir 10 Äpfel haben. Es ist einfach nur ein Beispiel, okay. Es geht wirklich darum, wie logische Schlussfolgerungen in diesem Large Language Modell funktionieren, damit wir verstehen, was wir machen müssen hier. Also ich gehe in den Supermarkt, kaufe 10 Äpfel. Gut, dann habe ich 10 Äpfel. Müssen wir einmal kurz im Kopf behalten. Dann gebe ich meinem Nachbar 2, habe ich noch 8 Äpfel. Dann gebe ich dem Handwerk ein, habe ich noch 7 Äpfel. Danach gehe ich noch meinen Supermarkt und kaufe 6 Äpfel. Habe ich normalerweise 13 Äpfel, weil 7 plus 6 wahrscheinlich 13 ist. Dann esse ich einen Apfel und dann sollte ich eigentlich noch 12 Äpfel haben. ChatGPT meint allerdings hier, ich habe noch 13 Äpfel. Hm, warum ist das so? Nun, was passiert denn, wenn wir das hier einfach mal nochmal modifizieren und diesen kleinen Teil hier rauslöschen? Nämlich dieses gibt die Antwort direkt aus. Dann macht nämlich ChatGPT immer noch was Falsches. Okay, ja. Sie haben insgesamt 13 Äpfel, ist falsch. Ich weiß nicht, wie es da drauf kommt. Wahrscheinlich, weil es das zuerst berechnet hat. Aber, was danach kommt, ist korrekt, wenn wir uns das mal genauer durchlesen. Zuerst haben sie 10 Äpfel gekauft, ist richtig. Danach 2 abgegeben, danach 1 abgegeben, was insgesamt 3 Äpfel sind, die sie nicht mehr haben. Also habe ich noch 7 Äpfel übrig, ist richtig. Dann habe ich 6 gekauft, was insgesamt 13 ergibt. Und dann habe ich 1 gegessen, was insgesamt 12 ergibt. Das heißt, das Ergebnis hier unten ist richtig. Und das zeigt sehr, sehr schön, was hier passiert ist, beziehungsweise wie das Modell argumentiert. Ein Large Language Model kann mit Mathematik nicht so gut argumentieren. Deswegen haben sie in GPT-4 das sogenannte Chain of Thought Pro oder Reasoning eigentlich von sich aus, von Haus aus implementiert. Und auch schon so ein bisschen bei GPT-3, 5 gebaut. Ihr braucht das also hauptsächlich, wenn ihr das aus Versehen verhindert. Also aus Versehen sagt, ey, ich verhindere jetzt dieses Chain of Thought Ding, sondern will einfach nur das Ergebnis haben. Und ihr braucht es, wenn ihr zum Beispiel mit der API interagiert. Weil ChatGPT macht das im Hintergrund mit der API von GPT-3, 5 beziehungsweise GPT-4 automatisch. So, wenn wir nämlich hier mal ganz kurz gucken, GPT-4 macht das von Haus aus direkt. Ich kann das hier zwar auch verhindern, wenn ich das möchte, aber das sollten wir, wie gesagt, natürlich nicht machen. Und was hier der Unterschied ist, ist hier oben wird es direkt verrechnet. Das heißt, es wird nicht nacheinander überlegt, was passiert, sondern es wird einfach alles direkt verarbeitet in meinem neuronalen Netz und gesagt, okay, dann habe ich halt noch 13 Äpfel. Was natürlich nicht stimmt. Hier unten wird Schritt für Schritt aufgedröselt. Das heißt, das ist meine erste Chain of Thought. Dann ist das meine zweite, dann ist das meine dritte. Und was insgesamt drei ist, das ist die Schlussfolgerung aus dieser internen Extrakette. Das heißt, ich habe drei Äpfel nicht mehr. Ich hatte davor zehn, also habe ich noch sieben. Gut, von diesen sieben, das wird jetzt wieder als neue Eingabe verwendet. Dann habe ich sechs gekauft. Also habe ich insgesamt 13, was meine Schlussfolgerung ist. Dann habe ich eingegessen, also habe ich noch zwölf. So, das ist eine Chain of Thought. Man, in Mathe kennt ihr das Ganze als Rechenweg, ja. Und bei logischen Schlussfolgerungen hilft das einem Large Language Model extrem, weil es wird nacheinander aufgedröselt, was hier passiert, beziehungsweise die logischen Schlussfolgerungen sind immer basiert auf dem, was davor steht. Das, wie gesagt, wird eigentlich automatisch gemacht. Aber ihr müsst darauf achten, dass sie das nicht verhindert. Und manchmal wird das nicht automatisch gemacht. Und was ihr dann machen könnt, ist folgendes. Einfach hinzufügen, lass uns das Schritt für Schritt bearbeiten. Oder errechnen in dem Fall. Und allein dieser kleine Aussage hier ist extrem hilfreich. Das heißt, hier wird jetzt quasi eine Liste draus gemacht und das Ding denkt halt einfach in Listen extrem gut. Und dann haben wir gar keine Probleme mehr. Dann wird das hier quasi mir automatisch errechnet und es weiß direkt, was ich jeweils gemacht habe. So, da sind wir fertig. Wenn ihr irgendwann mal merkt, dass die logischen Schlussfolgerungen nicht ganz gut sind oder dass vielleicht Logiklücken enthalten sind, dann fügt diesen einen Schritt hier hinzu und dann bekommt ihr wahrscheinlich eine Liste. Wenn es nicht funktionieren sollte, mein Geheimtipp ist, wirklich selber eine Liste zu schreiben. Also, ihr geht dann her und sagt, Erstens, ich gehe in den Supermarkt und kaufe 10 Äpfel. Zweitens, ich gebe meinem Nachbar 2 Äpfel. Drittens, dem Handwerker gebe ich einen. Ups, einen. Viertens, ich bla 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 und kaufe 6 Äpfel. Fünftens, ich esse ein. Frage, wie viele Äpfel habe ich noch? Lass uns das Schritt für Schritt errechnen. Und ja, dann funktioniert das eigentlich ziemlich, ziemlich zuverlässig hier. Da muss man eigentlich gar nicht mehr nachdenken. Also, wie gesagt, das ist ein einfaches Beispiel für logische Schlussfolgerungen. Wenn ihr irgendwann Schwierigkeiten damit habt, benutzt diese Technik. Gut, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Heute ein bisschen kürzer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.